Hallo meine Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu LS15, Hofe Bergmann, zusammen mit Tino und dem Pixel, hallo. Moin. Hi. So, haben wir mal weiter. Ah. Ja. Ähm, helle, blum, blum, blum. Mal helle, mal helle, blum, blum, blum. Mal helle, mal helle, blum, 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 ja. Das ist nice. Ja, könnte auch ratig sein. Ich bin noch nicht so ganz sicher. So, ja, pissbar nicht. Falls die Sehmaschine wieder runter, dann könnt ihr da euch gegenseitig befummeln drin oder was weiß ich. Was das Ding hier nicht schon mal an. Der Schwedisch, oder? Was? Schwedisch? Ach, keine Ahnung. Was die da für eine Sprache am Jahr verhunder, dann setze ich mich rein. Ja, es ist alles fertig. Achso, na gut, dann kommen wir ja schwulen. Was werden wir wieder ansehen? Nein, warte mal. Ich hab noch vor nichts gemacht, ich hab mal gefordert. Hier ist noch nicht gemacht. Hier ist groß. Haben wir gerade aktuell einen Traktor, den wir hier am Hof nicht unbedingt benötigen? Äh, ja, entweder den Deutz. Äh, den John Deere? Warte. Wo ist denn der andere? Ne, also nur der John Deere, den brauch ich ja immer zum hin und her fahren. Also zwischen den Aufladen und den Abladen. Was ist denn du hier? Was ist denn mit dem roten Traktor? Den hab ich hier gerade. Noch ein Stück, 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 noch ein Stück. Putz. Putz. So. Ne, kleiner Schatz natürlich. Wir haben für die letzte Folge nicht rausgeschmissen. War das eigentlich mit... Ich könnte eigentlich was... Hä? Hä? Könnte... Aber ich lass es. Was ist eigentlich mit unserem Waschtag? Was? Ja, äh, hol das mal ab hier. Äh, beziehungsweise komm auch schon mal mit deiner Mühle hier. Das stimmt eigentlich mal so eine schöne Grundreinigung. Die können hier auch mal wieder in das Objekt gebracht werden. Hier an unsere ganzen Geräte. Sehen ja teilweise aus, da unter aller Sau, ey. So, und wo ist jetzt unsere neue Errung... Uh, hier steht schon mal ein dickes Schneidwerk. Da steht schon mal ein dickes Schneidwerk. Ich hab mich dann für die Etage höher entschieden. Wo bist denn du? Das ist nicht schlecht. Ich bin jetzt hier. Ja, da kommen wir auch vor zu den Silos. Da ist ein Tor zu, hat das irgendeine Bedeutung? Wow! Bis da mittlere halt. Der mittlere ist das. Das ist 71.30. Schön! Endlich ein gescheitert Brecher. Da war bloß beim Abtanken müssen wir halt gucken nun, weil das Roh ist nicht das idealste. Aber, ich hab' gedacht, die 20.000 Off-Preis für die... Dafür, dass wir da gleich eins mit Rollen haben willst, da. Also das andere hätten wir nirgendwo... Ach so, das ist irgendwas mit dem dranhängen können. Ja, das andere hätten wir nirgendwo durchgekriegt. Und hätten wir schon mal ein Schneidwerk. Ne, 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 ne. Mit Schneidwerkswagen das rumhandieren, das geht nach. Das ist nicht so schön, das stimmt. Auf die Logos draufhalten, dann passt das. So, das macht ja eigentlich schon unser Wasserbunker dafür nicht zu verwenden. Stimmt. Der Wasserbunker ist für die... Ach so, ne, stimmt. Ne, halt nicht. Der ist voll, da hatte ich bis jetzt nichts getan. Das verschimmelt eigentlich. Ja, vielleicht kommt das auch mit dem Update ein bisschen. Oder das da ein bisschen... Ja, warte mal, hier ist doch ein Rohr. Vielleicht ist es wirklich einfach nur ein Speicher. Ein Hofspeicher, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Was ist mit dem grünen... Mit diesem grünen, mit diesem Lade-Ding da vorne dran? Den, den nutze ich urteilweise. Also den grünen nutze ich für links und den anderen, also den vorderlader mit rechts. Äh, Quatsch! Das für rechts, das für links. Weil der ist eh... Dann muss ich jetzt halt mit... Dann muss ich mit dem jetzt runterfahren, nützt der nix. Ja, ne, das ist ja kein Problem, da... Weil ich will meinen Salat noch fix kontrollieren, bevor du spulst. Ach, das ist ja, das ist ja Läther. Nö? Salmariter. Naja, okay, da war echt schlecht. Ja, was bitte? Ja, Salmariter, wann das nicht hier Hilfsorganiser irgendwas? Nee. Nee, das war nicht, ja. Damariter, nein. Nee, Salmariter, nein. Nee, Salmariter gibt's ja noch, oder? Salmariter, das ist so ein... Ja, gemeinnützige Organisationen-Dächtig, oder? Nee, Salmariter, also... Dass ich die Krankenwagen fahre? Nee. Salmariter? Das war... Salmariter war doch hier, äh... Wie heißt er? St. Martin. Nee, das hat nichts mit den Toten, nee. Das hat nichts mit den Toten, nee. Das hat was mit... Das hat was mit Leuten zu tun, die einfach was Gutes tun. Aber das ist kein... Also das... Ja. Das ist kein Verein. Dann sind wir Salmariter. Also bin ich ein Salmariter. Was hast du uns denn jetzt schönes ge... Oh, ich hab's gefunden. Ich werd's übersinnen. Ich häng hier fest. Na, Pech gehabt. Ja, das heißt... Alle für ein komisches Geräusch gemacht, Randy. Das war grad... Bleibt es sich an, als würdest du wirken. Den Jürgen müsste immer wirken. Ähm... Wer heißt hier Jürgen? Ach nee, Quatsch. Nee, guck mal weg. Nee, küsst du mich Jürgen? Jaaa. Hä? Das ist doch von seinen... Ähm... Stefan Raabknopf da. Da hab ich jetzt schlägt. Da hab ich gesagt, ich hab grad nen Schlaganfall. Was siehst denn hier... Wann mal kurz. Lasst uns doch mal... Den Jürgen würgeln. Als würdest du sie aus... Wolle mein Sombor. Küsst du mich Jürgen? Äh... Was hat er gesagt? Die sagt... Küsst du mich Jürgen? Ach, küsst du mich Jürgen? Und er sagt dann... Jaaa... 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 Mit Zunge? Blablablablabla... Hast ja erst so 8% gegärt. Wie ist denn das andere Silo? Das muss doch schon weiter sein. Das ist 39. Äh... Das ist 39? 39 Jahre alt. Dann ist es vergärt. Alter, hier könnte auch mal einer die Scheibe putzen hier bei dem Traktor. Das sieht so furchtbar aus. Waaas? Furchtbar. Du hast hier keinen Salat? Was, 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 was? Was? Es ist Salat? Moment. Hier fehlt doch was. Problem. Kann doch nicht sein. Habe ich doch nur mit Idioten zu tun. Wo geht das nicht? Was denn? Äh, Moment. Kann das sein... Was, wenn der... Och, ne, oder? Wenn der Salatabfall gehäckselt voll ist... Ist er voll? Ja, dann macht er nicht weiter. Äh, warte mal. Was soll man da runterbringen? Das ist die Frage. Anhänger müsste unten... Eine Schaufel, ne? Anhänger steht ja noch, glaube ich, unten, ne? Frontlader mit Schaufel und hinten den Anhänger dran. Äh, wir haben bloß gerade keinen Frontlader. Das ist das Problem. Weil ich... Ja, ist jedenfalls gerade keinen Freien. Also wir brauchen entweder die John Deere oder den Roten. Der Rote ist hier unten, den kannst du... Da unten? Also ich kann nicht neu switchen. Macht man dann nichts Alatabfall? Nein, ich bin doch... Ich fahr damit gerade. Was ist denn mit dem anderen, mit dem Grün, den wir jetzt zuletzt gekauft? Grün? Äh, der Grüne hat noch ne Ladefläche. Ich hab ein Portal entdeckt. Ein Portal? Ja. Es gibt ein Portal auf der Map. Wo? Da wo du stehst? Ja. Ich wurde gerade von ganz da hinten hierher gebeamt. Echt? Ja. Von ganz hinten, vom Anhänger hierher. Ein geimes Portal. Aber das kenne nur ich. Haha. So. Bin gegen den Anhänger gelaufen. Dann stand ich da vorne im Unterstand. Achso, ja gut. Das war dann Physik bei Nvidia. Portal. Also wir brauchen auf jeden Fall einen Rotterlader mit einer normalen Schaufel. Nicht mit den großen... ...Golumpe, sondern mit einer normalen Schaufel. Und dann halt einen Trailer, wo wir den Scheiß reinhauen können. Was machen wir mit dem Abfall? Ja. Mit Schaufel und einen kleinen Anhänger hintendran. Was ist da dran so schwer zu verstehen? Habe ich doch schon mal gesagt. Haha. So, was ist es mit diesem grünen Frontlader, den wir zuletzt gekauft hatten? Grün Frontlader? Das ist ein JD. Ich weiß nicht, wo der JD ist. Was? Wollen wir mal kurz gucken, was wir mit dem Abfall... Der JD steht hier sinnlos rum. So. Komm. Komm mal. Switch mal durch. Wollen wir mal kurz gucken, für was das Tuch dann war. Ja, den habe ich gerade hier abgestellt. Wo bist denn du? Nicht der, der. Ja. Das ist ein Klaas. Guck mal, guck mal hier an der Seite. Ja. Ja. Frontlader? Ja. Und schmeiß dir mal hier vorne den Frontlader dran, der hier steht. Und äh... Ne, ne, nicht der. Wie willst du das denn machen? Mit dem Ding. Wieso denn? Der kann doch das Ding hier ab... Ja gut, er kann das nach vorne ruppen, aber ob wir da alles rauskriegen, wüsst du? Ja gut, versuchen kann man es ja. Nein. Er will, dass ich das absetze. Achso, ja. Der kann doch die Wanne hier stehen lassen. Mein Gott, ey. Ja. Gabbelnett, wenn ich schon mit den Leuten mache. Ja, ja. Ne, raus, das vorne, das rote Ding raus. Das rote Ding absetzen. So, und dann mal rückwärts und da hinten stehen die Schaufel. Passt ein Schaufel. Gut. Du kannst mal bitte, äh, die hier, äh, hier die Zange, guck mal hier, die Zange erst mal dranhängen und die mal ordentlich hier an die Mauer stellen, ja? Ne, mach es nicht. Ne, hier haben wir noch ein paar Schaufeln. Ich muss grad vergucken, welche ist jetzt hier die größte, aber ich glaube die... Ach, hier sind auch noch Schaufeln, Leute. Was ist denn hier los? Ja, es verrutscht wie so. Äh, warte mal, da steht Stöll drauf. Haben wir so viel Schaufeln? Was ist das von Nonsens? Äh, dann haben wir das hier, die hier. Welche soll ich nehmen? Die da, ja. Da, wo der Dicke drauf rumhüpft. Äh, dann ab, nach unten. Nein, Anhänger. Achja, Anhänger. Den Grauen dahin, den ich fliege. Oh. Was macht er denn? Oh. Was machst denn du? Oh. Was machst denn du? Was weißt denn du hier die Schaufeln rum? Alter, wo sind die hingeflogen? Ich hab die auch grad wegfliegen sehen. Was hast denn du jetzt gemacht? Ich bin nur rückwärts gefahren. Oh. Alter, ich bin nur rückwärts gefahren. Ja, aber du hast ein Gewicht dran und, äh, den Frontlader. Das geht immer, das ist immer nicht so schön. Gewicht solltest du da eher hinten dranhängen. Wenn du den Frontlader nach unten machst, kommst du, ich lass ihn quere. Okay. Weißt du? Äh, nicht aufs Dach, wenn's geht, die andere Richtung. Naja, ich will den nicht auf die Rampe draufhören. Oh Gott. Oh Gott. Der, der liegt da wie so ne Schildgerüchte. Ja, ja. Warte mal, wenn ich dich jetzt hier... Ja, 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 danke. Gut. So, warte, jetzt sehen wir das mal. Also das, das Gewicht braucht man nicht, also... Hintenrum. Hintenrum, okay. Hinten, ja, hinten. Aber, äh, in dem Fall brauchst du gar kein Gewicht, weil hinten hängst du... Hängst du den Hänger. Genau, aber dass man das Gewicht natürlich auch fein wiederfinden, tun wir das dahin, wo man's gut sehen kann. Welchen Hänger braucht ihr zwei denn jetzt den Silbernen da, oder was? Den Kräunen, den Fleaschen. Ah ja, der Silberne. Gesamtlichen Kennzeichen. Ja, aber auch was alles hilft. Das sind alle Trecker hier. Ich weiß. Das hier funktioniert. Das hier funktioniert. Ja, geht doch. Ja. Okay. Na klar hab ich, weil ich ein Profi bin hier. Kannst loslegen. Crazy. Achso, oder wenn die halt, oder was weiß ich. Wärt euch eigentlich mehr egal. So, kommst du damit runtergedüst, ja? Ja, zum Salat, ne? So, und ich guck jetzt mal, was wir hier noch für Schaufeln haben. Wir brauchen doch hier nicht tausend so ne Schaufeln. Die Silageschneitzange. 1300 Liter Kapazität. Für was? Weiß wie es ist, was damals die hiesige Kaufentscheidung war. Wo war der Salat nochmal? Beim Gartencenter, ne? Salat ist, nein. Da, wo es aufblinkt. GFH, bei 20, alles klar. Nein. Ne, über 13. Bi-Handel. Ja. Äh, so. Moment, was brauchen wir noch? Beziehungsweise das brauchen wir noch nicht. So, dann haben wir. Das ist eine Gabelzange. Oh, die geht für alles. Die geht sogar für Kartoffeln, gedämpfte Kartoffeln. Das ist nicht schlecht. Die haben wir zweimal. Na, da verkauf ich die einmal. So. Jetzt haben wir eine 2.500er Schaufel, 3.000er Schaufel und eine Gabelzange. Das reicht doch. Wofür brauchen wir überhaupt die Gabelzange? Also, ja, ich weiß nicht für Ballen, aber wir haben doch noch nie welche gemacht, oder? Ne, die ist nicht für Ballen. Ach so. Machen wir Platz. Wer? Ne, hat sich. Guck mal, der fett Pixel. Ja. Hat das Trou aufgesammelt. Ja. Und es liegt immer noch da, aber den Rest lasse ich jetzt dann. Den grubber ich unter, weil das ist mir zu blöd. Ganz ehrlich. Äh, was jetzt? Von dem Stroh, der da noch liegt. Weil es nicht mehr viel ist, oder was? Ne, ist nicht mehr viel. Obwohl, ich könnte nochmal runterkommen hier auf dem anderen Feld, was nicht uns gehört. Da liegt auch noch ein bisschen Stroh rum. Ach. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel Stroh du jetzt eingefahren hast. Na, einmal voll hier. 93.000. Ja, ne, dann lass doch gut sein. Gummeler. So. Bin ich mal gespannt, ob ihr nicht erkommt. Und ich mach jetzt mal ein was. Ich guck mal ganz schnell, was wir mit dem Salatabfall machen können. Habe ich bei ihr schon geguckt. Bist du nicht, dass wir das Handbuch noch zerraten? Ja, da will ich ja grad gucken. Äh, Hof Bergmann. Aber wie gesagt, da muss es wahrscheinlich auch noch ein anderes Handbuch geben. Okay. Weil die Leute haben mir ja hier geschrieben, dass das ja alles mit Bildern und so beschrieben wäre. Ähm. Mit den ganzen Tieren und so, was wohin kommt. Also tut mir leid, habe ich in meinem Handbuch nicht. Ähm. Habe ich echt nicht. Also, wie gesagt. Wir haben das, wir haben noch das Histo hier. Ja, dann müssen wir aber wahrscheinlich wirklich mal das aktuelle Zeug runterladen. Ähm. So. So. Da kommt, da kommt was auf dem Navi. Zack. Jetzt ist es weg. Zack, da ist es wieder. Mhm. Da kommt er. Hast du mal eine Vollbremsung gemacht? Guten Tag. Lass mich rein. Salad. Ampel. Wenn du es jetzt mal lassen würdest, es wird versuchen, wenn du jetzt. Äh, hinten den Paletten-Collector. Aufpassen nicht. Äh, nicht die Paletten verschieben. Ja. Jetzt geht der ganze Kack nicht mehr. Ja. Steht es bei I denn drin? Salat? Abfall? Ne. Also, ich habe nicht mein Handbuch. So. Ob es bei I drin steht? Ach so. Bei I. Ich habe verstanden. Steht es bei I denn drin? Ne. Bei I steht es leider auch nicht drin. Nur Schweinefutter und Schweinefutter ist ja oder was anderes. Was macht man mit dem Abfall vom Salat? Hm. Kannst du bestimmt eine Silage draus machen. Mhm. Also Bio. Biogasanlage, eins von beiden. Ja, eins von beiden. Aber ich bin relativ sicher, dass Silage ging. Stopp. In diesem großen Turm da oder was? Also, oder einfach ein Silo. Jedes Silo. Jedes Silo. Es sieht wie ächselgut aus. Könnte aber auch Kompost sein. Hm. Ich bin doch Kompost. Ja, das stimmt. Na ja, Fassersport sind wir wirklich. Warte mal. Bist du fertig? Ne. Ne. Gerade der erste Schaufel. Aber da ist nicht viel drin. Oh. 10. Entschuldigung. Leck. Wird es auf die Fünfe hier stellen, dass der jetzt wieder anfängt mit arbeiten? Oder aber den wieder anfängt mit arbeiten? Ist ja interessant zu wissen, ja. Hm. Sonst ist ja alles drin, ne? Jaja. Oder arbeiten lieber noch? Ne, gut. Es ist ja nicht nachts. Ne, ne. Die Arbeit. Ne, ne. Hm. Trotz mal 120 und weiter geht's. Produziert er wieder Salat, ne? Ja. Genau. Bei dir? Okay, bei mir nicht. Bei mir läuft das hier. Ach so. Ja, dann kommt die Animation erst wieder. Ah, jetzt. Jetzt werden die Salat-Capped auch immer. Dass die keine Druckstellen kriegen. Ja. Ja. Wie die auch einfach hier rausgeploppt kommen, ne? Hm. Wie viele vereinigen zu ne Kiste-Phasen. Hahaha. Ja, wir sind fertig. Na ja. Gut meine Freunde, dann das Däumchen da lassen nicht vergessen. Bei den anderen vorbeischauen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wie ihr mögt. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.